gothic 433 die erste ich hoffe dass ich synchron bin mit meinen lippen erstmal seid alle gegrüßt noch in diesem alten jahr das ist ja die letzte folge die hier auf diesem riesen kanal youtube noch zu sehen sein wird weiteres in der video beschreibung ja und ich hoffe dass ich jetzt hier ein bisschen lippen synchroner bin ich musste also ein bisschen rumprobieren mit der audioverzögerung auch das ist ja technik weil ich habe im schnitt gemerkt im abspann oder im vorspann sowie jetzt läuft das nicht so richtig ja an dieser stelle geht es wieder gleich mal knallhart weiter und zwar ich befinde mich ja hier in diesem verlassenen bei diesen verlassenen sagt schon hier wie heißen die teile häuschen und dann irgendwelche festungen und sowas aber bevor ich hier weitergehe habe ich natürlich wieder mal einen schönen tipp bekommen und zwar es gab doch in dem turm also in diesem hier gab es doch noch eine truhe die wir nicht öffnen konnten weil uns der schlüssel gefehlt hat oben habe ich runter geknallt deswegen auf ein aufmerksamer zuschauer vom odyssey mod team der gute alan hat gesagt du musst noch mal weiter hier absuchen weil hier gibt es irgendwo ein schlüssel und dann muss ich mal gucken dass ich hier ein bisschen kreuz und quer gehe truhen schlüssel vom schwarzen turm also das ist der schwarze turm ok und irgendwo gab es dann eine truhe die der geheime ring aufzutun war wo war die jetzt noch mal ich glaube noch einen oben war das ja da ist es so da war hier der eisende ring und dann ging hier das ding auf ja und jetzt öffnet sich die truhe und da steht ein buch über das magier grab im tal von aschdott ok das gucken uns auch gleich mal an was es damit auf sich hat moment ich werde mich mal ein bisschen richtig positionieren um das buch aufzuschlagen so seite 1 war hanschars grab endlich bin ich hinter dem geheimnis der schwarz magier in aschdott gekommen in einem gut versteckten nebenteil befindet sich die grabkammer von baal hanschar dem mächtigen diener belias der in alter zeit warrand beherrscht hatte die tür der grabkammer ist allerdings verschlossen und trotz aller magischer künste ist es mir nicht gelungen die kammer zu betreten dass die assassinen sich solche mühe gaben das grab zu verbergen hat bestimmt ganz besondere gründe baal hanschar war in früherer zeit ein meister der nekromantie ok er war in der lage fürchterliche armeen der unterwelt zum leben zu erwecken wenn es den assassinen gelingen sollte ihn auf irgendeine weise wieder zum leben zu erwecken wäre die seiner katastrophe für die menschen im miland mit land achso sardas aha interessant gucken wir uns da noch mal das locken büchle an bruderschaft des schläfers moment so suche xardas in warrand erfüllte mission alten turm entdeckt richtig ich habe im schwarz magierturm der sich in west warrand befindet ein buch von xardas gefunden er berichtet von einer grabkammer bei ashtort wo ein mächtiger diener belias namens wahl hanschar begraben sein soll dieser diener konnte es er konnte als er noch lebte mächtige und toten armeen beschwören hängt vielleicht dieser magier und sein grab mit der gefahr zusammen die von der und toten armee ausgeht die in donschaks brief erwähnt wurde oder hat xardas sich dieses wissen zunutze gemacht und ist er der urheber dieser gefahr ich denke dass ich bei den schwarz magiern in ashtort mehr hierüber erfahren werde in ashtort und aber mal gucken ob wir da hinkommen gut jetzt geht es stande peter wieder zurück zu diesem verlassenen ort wo wir zu in unserer folge erst mal hier angefangen hatten ja dann schauen wir weiter hier habe ich alles abgegrast ich gehe mal hier so anti clock weiß ich war ich hier schon unten komme ich hier komme ich leider auch im knien den modus nicht also im schleich modus nicht drunter ok dann schauen wir mal was es ist hier so geben tut geben tut es macht immer tut tut ganz laut immer tut tut ja das sieht aus wie so eine ja so ein so ein imbiss eine kneipe kann man sehen leere wasserflasche habe wasserflasche leer okay gucken was uns hier oben findet reichlich karg alles okay drei betten irgendwas dazwischen bei den betten irgendwas hier in der ecke nein truhe die nicht verschlossen ist die ausgeraubt worden ist ergo würde ich mal sagen dass hier wohl wirklich alle leute ausgeflogen sind in diesem ort und an diesem fleck werden wir wohl oder ich alle oder vier alle wohl leere tun vor finden wenn es noch weiter welche geben soll das doch mal gut hier glaube da komme ich aber nicht hoch haben denn jetzt jetzt gestoßen vom design her cool so was haben wir denn hier oben leere wasserflasche zum gießen interessant wie irre ist das denn bitte sehr ich bin schlachtzeuger mal gewesen naja so hobby schlachtzeuger eine harfe ein schrank die man öffnen kann oder was oder wie auch gut noch welche instrumente drin nein keine instrumente drin was waren hier noch manchmal sumpfkraut da ist noch ach das ist die klamotten von den extremen aus dem ersten teil das würde mich ja mal was rekruten rüstung und gold okay habe ich alles hier abgeklappert in den ecken vor allem ich will nicht schon wieder was vergessen jetzt bin ich mal gespannt ob ich die wieso kann ich das nur aufnehmen na gut okay stopp 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 vielleicht haben wir die möglichkeit auf den instrumenten rumzuspielen ich muss mal eben positionieren und im inventar gucken mal gucken ich klicke jetzt mal drauf tatsache du spiel mal da ein bisschen zu langsam für herr mannelig aber auch ist das cool so dann haben wir hier noch ein cello mein gott wie spielst du das cello dich zersägen spielen so dann haben wir hier noch die drumscheid ja das sind die animation von in extremo da bist du wieder sanft im streicheln so was haben wir noch für lustige musik und drumstick aha den ok den kann ich nicht aktivieren aber dafür haben wir noch die die harfe welch göttliche sounds so schluss gespielt genug gespielt weitersuchen kann den text nicht ich weiß nicht ob das gälisch ist ich glaube in extremo hat immer gälisch gesungen zu anfang jetzt geht's zur nächsten geschichte hier geht es weiter runter und ab haben hier in extremo gehaust holzschale oder irgendwelche anderen fahrenden musiker als bechert hier und da hinten ist auch noch was eine pfanne verstehe ich nicht warum jetzt hier kloster musik im hintergrund ist vielleicht löst sich das auf weil das hier nämlich schon ein bisschen besser aussieht aber vielleicht sollte ich mal wasserflaschen füllen immer kräftig pumpen los pumpen pumpen ab die wasserflaschen und an wasserflaschen auch das soll reichen so viele wasserflaschen haben hier war ich glaube ich in der folge wo ich mal geguckt habe kleines weizenfeld ja vielleicht aber auch nicht stopp mal da ist noch was fällt knöterig immer wieder gut war hier oben noch gar nicht oder micky dann dein kopf ja ich weiß guck mal spitzhacke und noch ein kelch oder sowas und holzbecher und eine holzschale okay also grundnahrungsmittel kann man da rein tun wasser essen speichern ja dann werden wir mal hier in diesen in diese festung mal hinein schreiten mit stabilen schritten schauen wir mal ob hier auch alles alle ist ich höre auch niemanden quatschen oder sowas okay das sieht wieder ein sehr gut aus nach dass man hier sachen machen kann werkbank gut das werde ich im auf werde ich dann noch paar sachen machen schleifstein haben riesige amphoren hier schön okay hier ist schon mal so eine art werk werkstatt die schön die werkstatt dann haben wir die winde lass mich raten die lässt sich natürlich betätigen und am hand des schattens habe ich gesehen also dass die dass die vorrichtung hierfür ist genau richtig aber ich will ja auch wieder raus also weiter so ist wieder hochgegangen wohl denn gehen wir hier weiter und hier ist noch ein oberer bereich moment was haben wir denn hier wieso komme ich hier nicht rein apfel bin ich jetzt plädt oder was wahrscheinlich komme ich von der anderen seite rein also das ist weil hier ist kein zugang wahrscheinlich von oben und dann irgendwie die treppe runter ich kann das nur so mutmaßen ja hier geht es noch weiter rum da entlang dieses weges dann gucken wir erstmal hier weiter bist du ein gerb baum nein bist du gerb baum nicht feld zum trockenen gestell so jetzt sind wir hier in dem oberen bereich man extrakt wie soll ich jetzt hier diese stadt nennen schöne aussicht zähne trollhauer sonst noch was nein sehr lustig hier so dann haben wir mal hier den bereich schon mal durch bist du dann wieder so ein wasserfass mit ja tatsache null lebenspunkt ja ich bin ja voll aufgefrischt okay auf der einen seite geht es hier nochmal hoch und hier gibt es nix gut dann gehen wir erstmal versuchen wir erstmal hier durch die tür zu kommen also wenn hier irgendwie wieder so ein hoher magier oder sowas ist ups was haben wir hier gletscherquartz bei solchen verlassenen orten habe ich immer so die befürchtung dass dann irgendwer mir aber so ein so ein hä ist nicht los okay haben die hier alle gelegen dass dann irgendwie so ein jumpscare ist also jumpscare ich wusste das auch nicht ich kenne das nur aus den let's play leuten die das benutzen das wort für schreck sekunde hat ein übergang okay aber hier gibt es ja auch noch die tür auweia jetzt bin ich wieder gaga im kopf so ist hier ein jumpscare moment weiß es nicht speichern mal wenn man das wörtlich übersetzt da ist was da ist wer was wollte ich sagen wenn man es wörtlich übersetzt jumpscare dann heißt es ja sprungangst da ist auf jeden fall einer in der robe feuer magier robo oder sowas doch da ist ja was dominikus 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 aha buchkommode kann ich leise an ihnen buchkommode lesen verstehe magisches wissen erfahrung plus 10 und magisches wissen altes magie wissen prüfen ja sollte ich mal gucken ach ja das reicht immer noch nicht oder nee ich brauche irgendwas um die 300 so deucht es mir irgendwie noch im kopf banane und milch milkshake bananen milkshake wunderbar kombiniert legt eine banane neben der flasche milch und schon und da ist noch wer uderus nicht uterus sondern uderus ich grüße euch ehrwürdiger meister wer bist du fremder ich heiße roland und komme vom kriegsschiff albatross kommandant lord baldwin dann bist du also ein kämpfer des königs in aus sei dank ich weiß nicht was dich nach waren treibt aber wenn du willst können wir dir gerne helfen in diesen zeiten müssen wir menschen gegen die macht belias zusammenhalten kannst du mir etwas beibringen wenn du talent hast und es willst kannst du gerne von uns das alte wissen der magie studieren ja das ist ja cool was macht ihr hier wir sind hier um das alte magische wissen zu erforschen in diesem alten tempel den könig rober bei seinem siegeszug gegen war und errichtet hat gibt es viele bücher die von der alten magie berichten und nur die alte magie ist in der lage uns gegen belias scharen zu beschützen der große meister karibro hat uns den auftrag gegeben hier in der stille zu forschen und so machten wir uns auf den weg auf schleich wegen kamen wir hier an so dass die assassinen nicht ahnen was wir hier tun gebe inos dass dies auch weiterhin der fall sein wird das ist sehr cool kannst du mir magie beibringen ich werde dich gerne in den kreisen der magie unterweisen wenn du genügend erfahrung mitbringst nimm schon mal diese leeren blätter damit wirst du in der lage sein später am schreibbrot spruch rollen zu erstellen herrlich mal gucken was du denn für was mir für sprüche beibringen kannst unterweise mich so schwere wunden ein angst mittlere wunden ein schlaf windfaust okay das ist ja alles nicht so toll oder powerful ich will meine magische kraft steigern ich habe muss noch einen satz zu ende machen nachher ich will meine magische kraft steigern so mana ok 25 und mana gut eine magische kraft ist gewachsen ich kann dir nur nicht mehr helfen sie zu erhöhen was ich habe doch gar nichts an lernpunkten verloren oder wo haben wir dich denn ja 40 das war klar ich speichere mal ab um noch mal auf diese anglizismen jumpscare zu kommen welches ja übertlich übersetzt sprungangst heißt ja das kenne ich also wie schon eben schon erwähnt von den jugendlichen die ja immer sehr kreativ sind die solche anglizismen kreieren nur das also ich bin alle mehr der oldschooler ein bisschen älter aber egal hier stehe ich vor einer nische was mache ich denn da das ist zu weit entfernt was hat die nische ach das ist zu weit moment hä stand das ding schon vorher da nie ne ok 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 dann lass uns doch mal mit uderus sprechen mein name ist roland ich bin ein paladin des königs und was tust du hier ich bin in einer besonderen mission unterwegs aber mehr darf ich hierzu nicht sagen verstehe sei mir willkommen ritter mein name ist uderus verzeih mir ich kann mich leider nicht so viel mit dir beschäftigen da ich in meinen studien vertieft bin was studierst du meister meine forschung beziehen sich auf das feuer die macht es ist ein geschenk und zugleich eine mächtige waffe und ich erschaffe spruch rollen in denen diese kraft ruht ok er kann mir auch magie beibringen du bist ein streiter in aus und kämpft gegen das böse aus diesem grund wäre ich gerne bereit dich zu unterrichten allerdings beschäftigt uns ein problem das wir unbedingt lösen müssen aus diesem grund werde ich nicht die zeit haben die etwas beizubringen was für ein problem habt ihr wir magier sind hier an diesen ort gekommen um das alte wissen zu erforschen die wichtigsten bücher hierüber sollen in einer geheimen bibliothek aufbewahrt sein der ort wo diese bibliothek versteckt sein soll ist uns mittlerweile bekannt er befindet sich hinter dieser wand leider aber lässt sich der zugang nicht öffnen es soll aber zwei goldene innerstatuen geben die den eingang öffnen dann werden diese hier wohl irgendwo versteckt sein nein ganz bestimmt nicht wir haben bereits das ganze gebäude auf den kopf gestellt außerdem haben wir versucht mit unserer magischen energie ein kontakt zu den statuen herzustellen vergeblich wie so etwas ist möglich ja aber nur bei ganz bestimmten gegenständen die wir feuer magier verwenden es wird in diesen ganz besonderen material eingebaut das diesen kontakt möglich macht aber wie gesagt auch dies hatte keinen erfolg ich vermute daher etwas anderes und was als wir hier ankamen haben sich im hof einige banditen herumgetrieben sie haben sich sogleich aus dem staub gemacht als sie uns erblickten ich nehme daher an dass diese die statuen mitgenommen haben es kann aber auch sein dass die goblins die gegenstände geraubt haben da sich mehrere von ihnen in der burg aufgehalten haben wer weiß wo sich jetzt die beiden statuen befinden man muss wahrscheinlich das ganze zahlen nach ihnen absuchen ach es ist zum verzweifeln okay wie kommt es dass ihr nicht von den assassinen belästigt werdet die ja ist das zähne meiden dieses gebiet seitdem so viele räuber hier ihr unwesen treiben die schwarzen magiern das tor nach ashtod schließen lassen damit kein unbefugter in das tal gelangen kann der handel zwischen ischta und ashtod er folgt daher jetzt ausschließlich über die küste dieses gebiet interessiert niemanden die assassinen von ischta haben andere probleme als sich diesen trostlosen tal zu widmen wie weit ist es noch bis ischta weiter nördlich gibt es einen weg hinter die berge dahinter kannst du die stadt bereits sehen okay ohne händler ich kaufe mir deine ware ich kaufe mir was kaufen machen riesen spaß ich könnte ständig kaufen gehen oh gott ich und grönemeyer das klappt nicht ja ich suche mir mal was leckeres aus wie viel habe ich denn hier 28.000 und melde mich dann wieder wenn ich hier mal ein bisschen konsumiert habe ganz wichtig west war ein teleport zu rober's alter burch also das ist rober's alte burch golem erwecken falls noch irgendwie wieder so eine gruppe ist wie so wüsten räuber dass ich die ablenken kann das ist ganz wichtig hier gibt es noch karten und zwar eine variation karte von vengard süd die habe ich mir jetzt auch mal gekauft ja und labor wasserflaschen natürlich die dürfen nicht fehlen die brauchen wir jede menge damit man wieder ein bisschen was machen können so geweihtes wasser habe ich selber noch genug ja dann hier noch ein schwefel gletzer schwarz gletzer schwarz gletscher schwarz gut dann gucken wir mal auf die karte und moment ein bisschen gesucht im inventar und hier haben wir eine karte von vengard süd nicht war an vengard süd okay werde ich angezeigt das ist wieder alles sehr grell und hell okay es gibt nur eine karte von vengard süd schauen wir mal weiter nee ich sehe mich nicht aber da oben ist was buntes rotes ach das hä oder ist das der alpha kanal einen moment ja das ist oben von der energieleiste von udorus ja und ich sehe wieder eine neue nische also hier ist und ich kann mir vorstellen dass wir hier so ach ach wie lustig super hinter dieser wand da ma uga uga udorus wie komme ich jetzt auf uga herrlich ich gucke mich aber noch weiter hier ein bisschen um weil vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr hier zu sehen und zu looten herrlich 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 ach hier das ist das club kuppel teil was ich von von unten gesehen hatte hahaha ja also das ist natürlich ein ruhiges fleckchen wo die feuer magier sich schön aufhalten kann können einfach so gemütlich darum hocken so ehrlich nachher haben die auch noch irgendwelche tageszeit abhängigen tätigkeiten ich weiß es nicht könnte ich ja mal ausprobieren apropos tageszeit haulet wie haben es 22 uhr ok war ja doch da passiert was da rennt schon mal einer weg wo wirst du hin so ok ignatius macht sich schon mal bettfertig oder ist eine truhe und uderus liegt dann äh sitzt da noch ok feder zum schreiben leeres blatt dann ist das hier ein schreibpult für spruch herstellung a hier hallo mein name ist roland ich komme von einem kriegsschiff des königs wir wollen gegen die orks kämpfen und bist ein kämpferkönig obers ist auch ein anhänger unseres gottes in uns sei mir willkommen orks wirst du hier aber keine finden nicht nur assassine lediglich eine bande von wüstenräubern treibt sich hier in dieser verlassenen gegend herum kannst du mir einige zauber beibringen normalerweise ist dieses wissen nur ins feuermagieren vorbehalten da wir aber krieg haben werde ich dies ausnahmsweise tun damit du gegen deine feinde bestehen kannst was kannst du mir über die gegend sagen lass dir das von dem paladin garguron erzählen für lange erzählung habe ich jetzt keine zeit ich muss noch einige tränke braun und hierfür noch einige pflanzen besorgen allerdings komme ich bei der ganzen arbeit die ich hier habe die nächsten tage nicht dazu diese zu suchen es ist eben immer dasselbe viel arbeit und wenig zeit ja da kann ich ihm doch helfen aber was macht er für spruch rollen das ist mal wichtig dämon beschwören golem erwecken auch gut als skelett erschaffen wolf rufen goblin skelett erschaffen okay okay dann frage ich ihn mal inwieweit ich ihm einige kräuter bringen kann das wird sein kann ich dir helfen ja wenn du mir bei der kräuter super helfen kannst wäre ich dir sehr dankbar und was brauchst du denn jetzt auch nicht alle pflanzen suchen die ich brauche wie genügt es wenn du mir die wichtigste zutat bringst ich brauche ganz dringend mondschatten in diesem kraut benötige ich etwa ein dutzend was mondschatten und wo kann man diese pflanzen herbekommen du findest mondschatten auf den höhlen hier in der gegend gibt es drei oder vier höhlen wo du befündigt werden kannst pass aber auf diese höhlen werden auch oft von wilden tieren es ist also nicht ungefährlich nach den pflanzen zu suchen ok mondschatten brauche ich geheime bibliothek ich habe zwei goldene innerstatuen gefunden mal schauen ob es die richtigen sind ich sollte uderus fragen oder so gleich die bibliothek öffnen habe ich gemacht dann dann die pflanzen für dominikus zwölf pflanzen mondschatten muss ich später gucken ob ich die habe ich möchte noch in dieser folge auf jeden fall erst mal hier mal die ganzen elemente hier zeigen was haben wir denn hier buchkommode ich kann hier noch was lernen bestimmt genau verstehe schön wunderbar lehrbuch der magie kann ich ja noch mal nachher aufmachen ja und wenn wir schon hier sind dann kann man ja auch mal eine runde bei der innerstatue beten ich will beten und spende 100 goldstücke was habe ich gekriegt hat doch doch in uns dank für dein gebet das habe ich eben nicht beim ersten beten gar nicht gesehen was er mir dafür gegeben hat nun gut okay das ist ja nicht so wichtig so ich habe noch eine moment mal mickey habe ich da schon gelesen drin nee habe ich schon ja aha gut dann haben wir den bereich auch abgeguckt und udo ross warte mal gut dann wird wahrscheinlich die quest oder sein dialog erst aktiviert wenn ich hier runter gehen sollte und zwar in die alte biblio diese alte geheime bibliothek die aus wie im haus the monsters mit fred quinn ist voller spinnweben schön der liebe freunde es ist soweit der jahreswechsel steht bevor und von meiner seite auch erstmal kommt gut rüber bleibt gesund und achtet auf euch das ist immer ganz wichtig und ja was bleibt von meiner seite aus zu sagen ich wünsche euch alles alles gute alles beste und wir sehen uns auf dem moment ich habe doch hier ein hotkey auf diesem odyssey kanal denn da geht es weiter nicht mehr auf youtube denn ich habe ja in den video kommentaren auch ein erklärvideo dazu gemacht warum und weswegen und viele kollegen haben auch schon gesagt nehmen die wollen auch nicht mehr weitermachen ja dann ciao macht's gut bis zum nächsten mal tschüss